So Freunde, dann nehme ich über hier auf, dann beende ich OBS, Schlung, Zwei. Dann nehme ich über Windows auf. Ihr könnt mich alle mal am Arsch brechen. Man hat nur das hier. Gehört aber nicht das Amt. Dann fang mit. Es. Es. Ah, meine Nasekabel. Warte, ob das nicht wegläuft. Warte, ob das nicht wegläuft. Du bist ja witzig. Ja, weil sie krabbelt. Und was sagst du, wenn Mund krabbelt? Also Mund? Keine Ahnung. Also ob das Mund nicht wegkrabbelt, oder was? Macht das nicht viel Sinn? Nee. Dann jetzt nicht da hinten, da wo du bist, da. Nee, ich geh hier aber anders lang. Dann hier. Ja. Und ich lande oben auf da. Ich hab keine Waffe. Das ist doch zum Kotzen. Kotzen. Ich hab nur wieder eine Scheiß-Rot-Thump. Essen. Bessen. Ich und Michael müssen eine Challenge noch machen. Uh, komm her, hier sind Waffen. Waffen. Warte. Warte. Na komm, welche. Na komm, welche. Darf ich die paar, äh, die? Ja, nimm. Ja, nimm. Warte, ich geh rück. Oder, warte, warte. Das war unser Gegner. Das war unser Gegner. Oh Mann. Ich hab einen Clip gemacht, wie es ausgesehen hat. Ey, das hättest du echt sehen müssen. Gold. 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 Guck mal. Was? dich mit ich halte die anlage habe ich gemacht wohin der drei kommt einer das richtig kurz gekommen ich weiß nur dass er nicht dazu kann ich sagen das war nur eine nimm du den ach nimm du nimm du ich kopf kann ich nicht mit 50 prozent voll du musst ihn nehmen kann ich gar nicht nehmen ja schön verkackt mädchen die ausmusik du kannst ruhig hinstellen da macht bei dir keinen schaden nur bei mir noch ein annehmen auch habe ich schon das ausgesehen na sieg da kommt einer kommst du ich weiß nur dass ich gleich jetzt und Fak! Das ist tot! Ähh! Dumm! Tot! Hör er! Hör es hier! Hör er! Das ist tot der Eindruckschorn! Ach, erstmal... Tut mir aber leid! Nee! Hör er! Hör er! Hör er! Hör er! Wo sind die? Tot! Keine Munition ist das Problem! Warte! Nee, für die eine Waffe zumindest! Oh, das tut mir aber leid! Oh, bist du abgenippelt? Hihihi! Yes! Hier! Bin voll! Merch! Die kommen jetzt alle zu uns? Schöne in die Mitte! Kannst du den nehmen? Bin voll! Ja! Ja! Was denn? Was denn? Warum müssen die jetzt? Warte! Oh, ja! Nehme ich auf! Ein Schlafschüssengewehr! Meinst du jetzt mal Sniper? Mhm! Äh... Äh... Da dachte du du hast keinen! Ach! Oder ist das besser? Nee, nicht wirklich! Nee! Kannst du den Pilzen essen? Pilzen! Bin ich wieder voll! Na komm! Nee! Dann scheinen reicht! Essen! Ich musste gleich nochmal überprüfen, aber wirklich nichts fehlt bei dir! Müsste mal in Ruhe auch nichts fehlen, wenn Zusatz 23 dabei war! Ja! Oder hast du schon das fix drüber gebügelt? Nee! Dann musst du neu installieren! Warte! War hier jemand? Ja! Wir hauen mit zum Pad auf! Ey! Sind die echt alle dumm! Müsste! Ui! Spritzen! Ich hab fast nur grün erwarten! Eine blaue und eine und mit! Ey! Was für ein Midi! Ich hab alles mögliche! Nur keine Lierne! Ja! Davon hab ich auch eins! Du bist vorbeigesprungen am Pad! Wohin? Fall schon auf! Und... Äh... Ja! Nachhin! Tschüss! So! Ja! Ja! Ja, komm! Lass abhauen! Die treffen, wie du nicht sagst! Ja! 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 Ich hab's gemerkt! Ja! Ich hab's gemerkt! Ja! 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 ich würde sagen wir hauen ab und das ist eine wache hab die wache ist mal eliminiert was mit lambo einstein einsteigen ich muss mal treffen darf einmal nachladen kann die nicht treffen spritzen ach werden waren nicht nach nie waren wir nicht gut geschrieben machen kills werden nicht gut geschrieben oder nur echte ab schon drei koffer ich gepushten ich glaube aber erstmal kurz alles noch habe ich schon aber mir geht es ja nicht während das vorn das nippel wie viel schaden wie viel schild hast du also nicht das mit 50 90 ach ja geht ja noch musste so machen wie ich und dann hier an wie hoch ja da muss man mal die ganze zeit leer und dann kommt Das kann man ja jetzt Oder? Oh, es fällt Oh, das tut mir aber leid Ey, ich hab keine Oder? Oh Hier guck, hier kannst du ja noch ein BG nehmen Wir haben ja genug Na komm Oder lohnt sich das für dich nicht mit 90% Dafür habe ich keine Spritz-Dings-Tüte mehr Spritz Ja, jetzt hast du wieder im Kopf Ab schon 3, kannst du mitnehmen Ja, ich nehme hier nur Shit mit dir Na komm, lass gleich in die Zone Ich weiß, wo der nächste ist Klatsch Da stehst du ja Da stehst du ja Wir sind schon Na warte, auf Berg hoch Zur Antenne oder was? Oder wollen wir gleich pushen Pushen Fade Ups Oh Oh Hattest du schlechte Waffen Oh Gucken Ich will jetzt nicht da trufen Ist doch verrückt Der kann abfahren Tschüss Alter Wie viele Sachen hier liegen Von oben Von oben Komm Achtung Na komm Ich würde sagen wir rein Komm 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 Wir müssen abhauen Wir müssen ja ehren Mann Ja Muss ja mal heilen Ja Muss ja mal heilen So was Nö Wir haben mich nicht mal getroffen Wir haben mich nicht mal getroffen Kommst du? Mhm, gleich Ja Ja Ich sehe es ja noch Die Campen oben Aber die sehen uns nicht Ich darf nicht so schnell rennen Da sehen sie es nicht Man kann es immer noch Bisschen weiter sehen Komm komm Bitte Bitte nix Hallo Ich würde sagen wir Mischen uns das mal ein Ups Hallo Die nehme ich Oder? Also ich will ein Piki nicht Nur die Waffe haben Nimmst du die Karte oder ich? Passt du auf meine Waffe Achtung Vielen Dank Vielen Dank Biki Habe ich schon wieder Wir sind so perfekt hier Wir müssen aber uns hier verstecken Komm Oder Träne verstecken Ja gute Idee Komm mal zu mir Wegen der Tür Wegen der Tür Ja Ab Ab wie viel Ferne? Ja Warte Ich muss abhauen Sorry Oh Ich muss abhauen Sorry Oh Hast du es gesehen wie ich mich fest angezuckt habe? Mh Hast du es gesehen wie ich mich fest angezuckt habe? Mh Äh Ich muss abhauen Mh Ich muss abhauen Ich muss abhauen Kau Oh Guck mal Der eine hat zum Spritzen da Spritzen Mhm hast du es gerade gesehen ich bin schütteln oh mann die müssen halten oh mann sind die lost hallo ich war auch als anfang los oder vielleicht braucht ihr nicht so viel ich würde sie wieder aufsparen frage mich nicht was ich mache es schön anfassen das steht bei dir als herausforderung spielern schaden mit einer hammerpumpkin zu und gehöre zu den letzten 75 65 spielern waren verschieden okay den im jahren war in verschiedenen fahrzeugarten dann lass die zweite nehmen als sowohl rabel blut und höhere zu den letzten 60 leibes lehrer über mir da wo man das sein soll wartet wo es denn wir wissen lewis er ist hier oben lewis aber wird das nicht mit er lewis lehrer nehmen er ist aber das mit lewis mehr das einzige was liebes lehrer ist ja ja na was los hier mit sorry dass ich lache aber war lust wieder ach so scheiße ich hab'n glück vergass ah ne ich hab ja noch youtube hab ich auch gemacht außerdem willst du landen am haus auf dem haus ja unten also runter noch nicht direkt da bei der waffe hier ist fast keiner falls jemand auf dem dach landet und dann werde ich weggepixt weggepixt warte god ö 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 ja bin ich ich habe den ein typen echt geforscht also der scat ja was das thema erwähnt hatte warum wohl warum fressen katzen fischer kommt es darauf das glaube ich im bus sein ja hast du noch nicht ich bin hier in dem sektor wollen wir was zum werfen ich soll was werfen ich habe was zum warte die weg sieht uns nicht reinwerfen warte nee der mutter musik ach das war mit daneben es ist mir mal also in den skerry hat es nicht interessiert Ich hab' dir was gesagt, aber... Wirkte nicht so, ne? War da? Ist das... Hab' in der Luft getroffen. Komm's noch? Warte. Warte. Achso, ich bin voll mit der Roten. Hey. Mein Gold. Hallo, wir teilen uns doch, hallo. Geh' ich doch nie ab. Danke. Vielen Dank. Warte. Ah, hast du ne Piste? Oder was? Ah, nee, ne. Komme ich jetzt auf Piste? Warum ist ein Bot? Ich hör's jetzt schon. Warte, noch nicht. Ich tune meine Waffen ausgemacht. Red tune. Hast du meinen Trick angenommen? Nein. Guck doch links so. Ja, kannst du nehmen. Was? Na, hier war da. Die Pumpkin oder was? Ja. Aber ich glaube, ich brauche deine Verwerbung gleich. Ich brauche deine Verwerbung gleich. Ah, das macht ihn. Erst. Ah, das macht ihn. Ah. Ah ha. Oh, die. Ah, "'Cushion"? die wollen uns erken wie er und habe ich recht es gibt zweimal aber ich bin gerade bei den 1 ich auch bei mir ist nur ein kampfkrieg dass du mal treffen kannst das ist ja was ganz neu hallo ja ja ich befolgt ich wollte gerade fragen warum wir es hier haben aber auch dahin bist du hin denn hier trenner oder daher kommen auf der kartoffen ach dass wir sollten wir besuchen haben wir schon haben wir nicht das ganz oben ist noch markiert als aufgabe die ganz oben naja guck mal drück mal im und dann steht riebel gut bei mir habe ich das schon von zwei von zwei das habe ich gar nicht die aufgabe aber ich habe doch nichts erfüllt und die aufgabe unser ding ist primär ziel besuche ding so behörden 65 freunde morgen oder immer morgen wird mein kumpel springen also morgen oder immer morgen heute ist ja montag ab frei mal wieder jetzt habe ich es abgeschlossen 84 und die ist hier und der bot ist auch irgendwo hier ja da ist oma gedacht den habe ich schon gesehen ich habe was zum kopf werfen ja genau ich gucke ja oben auf dem dach aber es geht rein klatsch grüß dich wir wussten der zugang auch da unten braucht kein aber hier versteckt sich klatsch guck mal das ist auch nicht gerade müssen hoch wirken uns heute nur an warte ich weiß wo sie ist ich ist ist ja Achtung Achtung das war lustig war ja schlöfen wollte von dem was das wasser episch oder legendär mit ich meinte ich mit die schrift mittel ist besser also kannst du ja episch nehmen was das hier hättet bei einer ein clip vergessen guck der podcast aus oder hat er lasst uns mal zusammen machen oder hast du 3 2 da gut reichen sie muss auch wenn das mal hier das machen dass wir moin aber das ist immer schön schnell und eigentlich rückwärts fahren hier wegen bot nachschauen ja das heißt dann direkt mit weil ich da oben noch bin sind die dumm das haben sie ja gelassen das meint was auch mich gekillt ja wir sind beide voll damit hast du ja die schwerer sehr egal ob das aber der brauer wahrscheinlich oder hat genug ich kriegs noch ein näher noch was ein voll von der munition da war der kotze ich kann ja mal probieren ne nehmt er nicht ja dann aber wahrscheinlich gut für ein bot na komm auf komm jungen sie sind die besten ich habe schon auf ich überwache ja alles hinten ist eine laterne gerade getroffen freunde wenn ich es noch nicht sagt habt könnt ihr gerne liken abonnieren schaut auch weil ich fritz vorbei als ich spiele gamer 19 706 1960 guckt da liegt eine waffe wir müssen in die zogen ja guten morgen was denn ich wollte hier und aufs leiten also jetzt eine munition geben habe schon genug naja also daran mängeln von mir nicht erst mal schaust du das video dann auch mal an da war sie gerade dreher sind ja schon 40 minuten besonders ja danke ich trenne einfach rein hinter wir uns was geben also meist aber hinten ist noch nicht uhr ja bus in der seilbahn kannst du werden dann wird es angebrennt das ist meine wasser weg bleibt bei meiner wasser kommt wir müssen gleich weiter also jetzt sind nicht gleich wiederum er kann sich gut teleportieren können auch das wissen wenn wir es auch machen ist wasser ganz rundes habe erst gedacht hier wofür ist es da immer gerade raus aus der zone noch vier teams und hä warum steht auch fünf wir sind doch zu 2 1 1 gänger da oben ist einer muss gewinnen bitte was ist das was ging wie nach bei dir ging es gerade freude das war es jetzt mit diesem video lassen nein ja und schaut auch gerne bei tiktok vorbei heißt auch spielegamer dort twitch spielegamer 1 9706 und kick heiße ich auch spielegamer könnt ihr auch gerne folgen abonnieren und abonnieren schaut einfach in der video beschreibung nach da steht es auch drin ja tschüss tschüss schaut auch bei simulation maike 05 vorbei